Herzlich willkommen in der Badewanne im Fly House. Wir spielen heute Gäste-Tik-Toker. Bist du ready? Nein! Blippla-Flu. Blippla-Flu. Ah! Okay. Okay? Jawohl. Ja! Scheiße! I am the one, the one. Okay, okay, okay. Ah! Hm? Ah! Warte mal, vielleicht ... Ich würd mal sagen, dass ... Nein! Wir zählen jetzt mal runter von 10. Karim! Wenn du jetzt falsch sagst, dann darf ich schreit noch hin. Karim, isig! Woher weißt du das? Keine Ahnung, isig! Es ist doch vollkommen klar, es ist Onkel Banju. Was? Kein Punkt für mich, kein Punkt für dich. Das ist zu mir, Alter. Ready? Ja. Ah! Oh, das ist ja mal ... Das ist ja mal ... Hey, das ist doch gut! Wie, das ist doch gut? Das ist doch gut! Ah! Das ist nicht Theresa, oder? Ah! Theresa! Ich hab doch nur gesagt, ich werd nur auf Nummer sicher gehen. Ähm ... Ja, okay, du hast schon falsch gesagt. Ah! Paula! Paula anlegen! Moin! Alter! Nein! Ich bin in den ganzen Kopf gegangen! Ja, was machst du? Du hast voll auf meine Eier gewacht! Ja, ich bin in den ganzen Kopf gegangen. Ja, ich bin in den ganzen Kopf gegangen. Boah! Kommt, Sascha ausgehen raus an Rufus Sina! Ah! Claudia! Ah! Ah! Okay, ich hab ne Ahnung. Warte, machen wir aber ... Komm mal näher, her! Hier! Okay! Es ist wieder! Na, du darfst nicht zwei Sachen sagen und du machst mal mit? Ja! Äh ... Judith Saru! Ah! Oder? Ja, die Ahnung! Was? Oh, das ist nicht ... Kau, die Ahnung! Was bin ich denn jetzt? Judith! Ah! Ah! Was? Foltermethode! Wer hättet ihr das rausgefunden? Don't touch my phone! Aber hier! Was? Was? Schau, wie unfair es ist! Hä? Okay! Jetzt reicht's! Warte mal, ganz cool! Wer hat denn sowas am Arm? Keine Ahnung! Ähm ... Ah! Es gibt nur einen, der so ein Oberarmer hat! Was soll das heißen? Eduard! Nein, ich hätte sogar fast gesagt! Jetzt ... Okay, ich hab was ganz schweres für dich, okay? Hier! Warte, stopp, stopp, stopp! Das ist für die Community, Leute! Wer ist das? Kommentiert das in die Kommentare! Weil Lucy jetzt mir einfach nur den Arm gezeigt hat, zeig ich ihr einfach mal über einen Körper! Körper bin ich gut, ich bin Körper gut! Go! Wer ist das? Hahahaha! Wut du ... Und? Fabian Pagaliar! Wurder weiß ... Husha! Husha? Ah! Julia, Pol! Eins, oh! Das ist so ein ... Hehehe! Häh, das ist nicht mein Mädchen? Was ist das? Flügel von Nadine? Was ist das? Was ist dein Gäste? Nein, ich hab noch nicht gesagt. Du bist komplett kalt. Okay. Mare, keine Ahnung. Nein, ist doch nicht fest! Ah, du bist Arsch, Alter! Obviously, Emi ist Schwanzflosse. Me? Das ist nicht verrassend. Wo machst du dieses Bild her? Wie sieht's aus mit diesem Aftertubi? Wenn man so einen TikTok-Stalker ist, müssen wir ja wissen, von wem der ist. Nee, den kenn ich vielleicht gar nicht. Eingelst du dich? Äh! Wie? Äh... Warte, 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 warte! Bauschi! Aaaah! Louis' Freitag bei den Elevator. Yes! Das sag ich nicht, ich hab'n Freund. Oh! Ja, guck! Äh... Was? Yes! Okay, warte mal ganz kurz. Es ist... Welche ist kalt? Welche ist kalt? Es ist... Ah, die ist kalt. Ähm... Warte mal. Äh... Es ist... Äh... Sagen wir mal... Joe, Joe, Joe! Äh... Maxine oder so? Ja! Fuck! Nein! Ich hab doch keine Ahnung, Digga! Das Rest ist immer noch viel zu einfach. Scheinbar doch nicht so recht, Mann! Stopp! Pinne! Ich sag doch was heißes. Ja, oh mein Gott! Okay, das... das sieht doch an. Ja? Oder auch nicht. Das ist Theresa. Ah! Ah! Glaubst du die... die hätten es erraten? Pfff... Die wirklich einen Plan haben, hätten es erraten. Also... Hey Anna! Äh? Die nackt! Abonniert auf jeden Fall diesen Kanal für mehr solcher Videos! Ist die nackt? Ist die nackt? Wo denn nackt? Oh, ich weiß nicht! Nein! Stopp! Oh Gott, es ist kalt! Oh ja! Der ist kalt! Ah! Es ist nur der Gute, ey! Ach, der ist nicht! Ah! Oh, was? Ah! 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 Judith Boring-Line war das! Faire Sache fand ich. Faire Sache. Boah, was war das fair? Ah! Hey, sie ist wirklich so eine... Jetzt mal ganz ehrlich. Kommentiert mal, wer hat die einfachen Bilder rausgesucht? Äh, die sagt doch alles aus! Ey, ich hab das noch nie gesehen. Kenn ich die Person? Ich glaub, das ist die ganze Spiel ist mit dir. Nein. Tobi ist es nicht. Nee! Ey! Nein! Das war eine Ausnahme! Warte, warte, warte. Es ist... Ähm... 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 Nein! Boji! Wie? Schau! Schau! Junge! Das ist mir doch... Scheiße, Leute! Unsere Whirlpool-Warte ist einfach angegangen. Was ist das denn? Hör auf damit! Pssst! Wir haben auch Nachbarn. Drei... Zwei... Zwei... Nicht... Nicht mehr umschneiden! Warte, warte, ich muss jetzt nichts anderes finden. Du bist ein... Am Schluss bin ich so, oder so? Zwei... Nein, 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 nein! Alle davor! Alle davor! Das erste Mal richtig... Herrlich! Das war es einfach du! Das war ich! Das war ich! Sarah? Ja... Hallo! Oh shit! Jetzt hör mal auf! Ah, Kari! Ah! 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 Scheiße! Was soll das sein? Eeeu! Was ist das überhaupt? Das ist zu! Ah! 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 Siehst du mich an? Komplett verarschen! Ein! Zwei! Ja, es ist! Ah! 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 Ich hab mich mal auf das nächste Video! Wir sehen uns beim nächsten Mal! Peace! Ciao!